Hallo, ich bin der Amario, Tritret ist mein Künstlername, Hi, wir sind Perse, CCS Trance Fresh Lion, gemeinsam mit DJ Deco. Hey liebe Menschen, am 1.9. spielen Franzmann und ich endlich wieder ein Live-Konzert. Am 1.9. Pepp am Ring in Dresden, kommt rum, es wird richtig geil. Ich bin am Starten, mein Mann Düse, wir haben noch ein paar Special-Gäste dabei. Rap, Soul an, Gears geht vorwärts, euch erwartet eine fette Party, viele Specials und wir freuen uns auf euch. Bis dahin, peace. Und zwar beim Pepp am Ring, ein Festival hier direkt in Dresden und das Ganze ist kostenlos, das Ganze ist draußen. Kommt unbedingt vorbei, es wird eine fette Party, es gibt geile Acts, eine große Bühne, guter Sound, das wird sich lohnen. Bis dahin, peace. Und ja, ich bewerbe mich halt bei euch. Pepp am Ring ist ja nächste Woche, ist das 1. September irgendwo draußen irgendwo, ich weiß nicht. Otto Dicks Ring glaube ich, oder da irgendwo, Reich. Reich, ja, genau und ich bewerbe mich da. Reich, ja, genau und ich bewerbe mich da.